Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um den Kastanienbraunen Stielporling. Warum der so heißt wie er heißt, wo ihr die Art finden könnt, wie es mit der Verwendung als Speisepilz aussieht, woran ihr den Kastanienbraunen Stielporling erkennen könnt und wie es mit den typischen Verwechslungspartnern aussieht, all das in diesem Pilzporträt. Auf geht's! Wo und wann kann man denn den Kastanienbraunen Stielporling jetzt finden? Ja, der Kastanienbraunen Stielporling ist ein Folgezersetzer, den man auf totem und gerne auch morschem Laubholz finden kann. Typische Habitate der Art sind zum Beispiel Auwälder mit Esche, Erle, Pappel oder Weide. Aber auch in Mischwäldern mit passendem Substrat ist der Kastanienbraunen Stielporling häufig anzutreffen. Bei uns in der Region in den Landkreisen Mühldorf und Altötting in Oberbayern beobachten wir das Wachstum des Kastanienbraunen Stielporlings seit mehreren Jahren im gleichen Habitat sehr genau. In unserem Lieblingswald zersetzt die Art eine umgestürzte Weide. In manchen Jahren erscheint der Kastanienbraunen Stielporling dort tatsächlich mehrmals mit unzähligen Fruchtkörpern. Besonders häufig ist der Kastanienbraunen Stielporling bei uns im Frühsommer zu finden. Nicht selten wächst die Art aber auch im Herbst nochmal in größeren Mengen. Finden kann man frische Kastanienbraunen Stielporlinge theoretisch vom Frühling bis in den späten Herbst hinein. Alte Fruchtkörper der Art sind sogar häufig auch im tiefsten Winter noch zu finden. Die Hauptsaison ist bei uns meist zweigeteilt und liegt einmal zwischen Mai und Juni und einmal zwischen August und Oktober. Wie sieht es denn mit der Verwendung an Speisepilz aus? Verwendet wird der Kastanienbraunen Stielporling vor allem getrocknet und gemahlen als Würzpulver. Junge weiche Exemplare, die noch angenehm riechen, können auch in dünne Streifen geschnitten und dann direkt verwendet werden. Oft wurde der Kastanienbraunen Stielporling laut Literatur auch ausgekocht und der aromatische Pilzhut als Basis für Suppen und Soßen verwendet. Je nach Quelle wird der Kastanienbraunen Stielporling aber manchmal auch als ungenießbar beschrieben. Vermutlich kommt es hier also auf den individuellen Geschmack, das Alter der Fruchtkörper, die Zubereitungsart und vielleicht auch das Substrat des Fundes an. Wir freuen uns über jeden Fund des Kastanienbraunen Stielporlings, nutzen die Art aber in der Regel nicht für Speisezwecke. Wie sieht der Kastanienbraunen Stielporling denn eigentlich aus? Woran kann man ihn erkennen? Der Kastanienbraune Stielporling erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 30 cm. Die Hutoberseite ist farblich extrem variabel. Von cremebräunlich über rotbräunlich bis hin zu Kastanien oder dunkelbraun sind hier die verschiedensten braunen Farbtöne möglich. Im Gegensatz zu vielen anderen häufigen Porlingen im Frühsommer fällt die Hutoberfläche glatt aus. In Richtung Hutrand fällt der Kastanienbraune Stielporling papierdünn aus. Jung fällt der Hutrand außerdem häufig noch etwas eingerollt aus. Im Alter lässt sich der Hutrand am besten mit unregelmäßig wellig beschreiben. Auf der Hutunterseite befinden sich beim Kastanienbraunen Stielporling extrem feine, kaum sichtbare Poren. Die Poren erreichen teilweise nur einen Durchmesser von einem Achtel Millimeter. Dafür aber teilweise eine Tiefe von bis zu zwei Millimetern. Die Poren laufen weit am Stiel herab und sind weißlich gefärbt. Mit zunehmendem Alter fallen die Röhren schnell braunfleckig aus. Das Sporenpulver ist cremeweißlich gefärbt. Der Stiel des Kastanienbraunen Stielporlings erreicht eine Länge von bis zu acht und einen Durchmesser von maximal zwei Zentimetern. Charakteristisch sind beim Stiel die relativ weit herablaufenden Poren und die dunklen, meist komplett schwarzen Farben in Richtung der Stielbasis. Der Stielbereich ist außerdem meist der dickfleischigste, härteste und zäheste Teil des kompletten Fruchtkörpers. Der Kastanienbraune Stielporling besitzt jung weißlich gefärbtes Fleisch, das sich mit zunehmendem Alter aber schnell ockerlich verfärbt. Das Fleisch fällt im Stielbereich vergleichsweise dick und zäh aus. In Richtung Hutrand fällt das Fleisch dafür sehr dünn und weicher aus. Grob zusammengefasst, je jünger der Pfund, desto elastischer und weicher die Konsistenz. Je älter der Pfund, desto zäher und lederartiger fällt die Konsistenz aus. Vor allem junge Kastanienbraune Stielporlinge besitzen einen extrem angenehmen, aromatisch-pilzigen Geruch. Die Geschmacksprobe fällt angenehm pilzig bis sogar leicht süßlich aus. Wie sieht es denn mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Ja, gerade im Frühsame erscheint oft eine Vielzahl an verschiedensten Porlingen, mit denen der Kastanienbraune Stielporling zumindest theoretisch verwechselt werden kann. Ambei hierzu einige Beispiele. Der schuppige Porling Der schuppige Porling kann im gleichen Habitat und zur gleichen Zeit erscheinen. Außerdem kann auch der schuppige Porling relativ große Hutdurchmesser erreichen und einen zur Stielbasis hin schwarz gefärbten Stiel besitzen. Das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Der schuppige Porling ist auf der Hutoberseite mehr hellbräunlich gefärbt und geschubbt. Der kastanienbraune Stielporling mehr dunkelbräunlich und glatt. Der schuppige Porling besitzt die deutlich gröberen Poren und ist dickfleischiger. Der kastanienbraune Stielporling besitzt die feineren Poren und ist dünnfleischiger. Der Sklerotienporling Der Sklerotienporling ist im Prinzip der kleine Bruder vom schuppigen Porling und wird deswegen gerne auch als kleiner Schuppenporling bezeichnet. Die Art besitzt ähnliche Farben, erscheint ebenfalls auf Laubholz, ist aber deutlich kleiner als der schuppige Porling und meist auch zentral statt seitlich gestiehlt. Gegenüber dem kastanienbraunen Stielporling besitzt der Sklerotienporling eine geschubbte und nicht glatte Hutoberseite und die deutlich gröberen Poren auf der Hutunterseite. Der kastanienbraune Stielporling ist außerdem meist seitlich, der Sklerotienporling wie beschrieben meist zentral gestiehlt. Der Maiporling Der kastanienbraune Stielporling kann allenfalls jung mit dem Maiporling verwechselt werden. Maiporlinge besitzen zwar ebenfalls sehr feine Poren auf der Hutunterseite und erscheinen auch gerne gleichzeitig mit dem ersten Wachstumsschub der kastanienbraunen Stielporlinge. Maiporlinge sind aber zentral gestiehlt, besitzen einen meist kreisrunden Hut, eine rauere Hutoberseite, jung mehr gräuliche als bräunliche Hutfarben, einen dünnen genatterten Stiel, und sind zur Stielbasis hin in der Regel nicht schwärzlich gefärbt. Maiporlinge erreichen außerdem nicht im Ansatz so große Hutdurchmesser wie ausgewachsene kastanienbraune Stielporlinge. Der Riesenporling Ja, beim Riesenporling ist der Name Programm, die Art kann wirklich sehr staatliche Fruchtkörper ausbilden. Wir finden die Art aber überwiegende Nadel- und Nadelmischwäldern auf Tannenstümpfen und damit nicht direkt im Habitat des kastanienbraunen Stielporlings, der ja wie beschrieben auf Laubholz erscheint. Deutlich seltener erscheint der Riesenporling in unserer Region aber auch mal auf Laubholz, dann gerne Buche. Erscheint der Riesenporling auf Laubholz, dann ist der Fundort leider kein Unterscheidungsmerkmal. Die aus unserer Sicht einfachsten Unterscheidungsmerkmale sind das Wachstum und das Verhalten bei Verletzung. Der Riesenporling bildet aus einem Strunk entspringend zahlreiche sich überlappende Fruchtkörper, die bei Verletzung schwärzen. Der kastanienbraune Stielporling wächst normalerweise nie mit mehreren Fruchtkörpern aus einem Strunk und schwärzt bei Verletzung nicht. Ja, nun solltet ihr wissen, wo und wann man kastanienbraune Stielporlinge finden kann, wie es mit Speisewert und Verwendbarkeit aussieht und wie ihr die Art von den typischen Verwechslungspartnern unterscheiden könnt. Mich würde jetzt interessieren, sammelt ihr kastanienbraune Stielporlinge gerne als Speisepilze? Wie verwendet ihr die Art? Als Würzpulver, ausgekocht als Pilzsut oder jung gesammelt und frisch zubereitet? Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen zur Art. Ansonsten gibt es zum Abschluss des Pilzportraits jetzt noch die ein oder andere Teilaufnahme zur Art. Hier könnt ihr euch die eben beschriebenen Merkmale des kastanienbraunen Stielporlings nochmal in Ruhe anschauen und sie euch einprägen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Aufnahmen. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzportrait. Macht's es gut und bis dann! Ja, und dann sehen wir uns bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Waldrunde oder im nächsten Waldrunde oder im nächsten Waldrunde oder im nächsten Waldrunde. Ja, und dann sehen wir uns bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Waldrunde oder im nächsten Waldrunde.